Die von Timmy, wir starten, aktuell, jetzt geht's los. Jetzt geht's los, jetzt geht's los. Jetzt geht's los, aufwärts geht's, packen's an der Flüge. So, schauen wir in die Runde, nachher, winke, winke, schon geht's los hier. Dann wollen wir mal, nachher, machen wir ganz gemütlich in die zweite Etage, jetzt geht's auf mit der Giste, dafür los geht's. Wir drehen ganz entspannt in der Kurve, nachher, aber schon geht's an, mit der, mit der, mit der, mit der Flüge. Los geht's, los geht's. Hier. lieber 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1. Und wir gewöhnen uns mal ganz langsam die Höhe. Und das sind ja 40 Meter. Und die 48er Mauna. Auf links, ab der Höhe. Ganz nach oben. Auf, auf, 80 Meter. Ganz nach oben, die beste, die beste. Hier geht's, hier geht's, hier geht's. Dort geht's, hier geht's, hier geht's. Hier geht's, hier geht's. Hier geht's, hier geht's. Ganz nach oben, verliebt. Dann noch mal, Manolo, die Aufsehensronde. Auf und auf, drauf und rüber. Manolo, und dann noch einmal. Spannende Musik Spannende Musik Was? Dann stoppen wir es endlich da oben hin. Und jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Teil der ganzen Geschichte. Die Karre muss dann irgendwie von oben nach unten wieder runter kommen. Irgendwie... Irgendwo... Irgendwann. Dann würde ich sagen, riskieren wir es mal da oben. Das war's. All systems, stand by to transmit. Now, open your ears and get ready for takeoff. Down, down, five, four, three, two, ten. Das ist schön.